Hallo und herzlich willkommen zu Unlimited Pictures, dem wunderbaren Film- und Fernsehen- und Serien-Podcast von der Unlimited-EMO-Gruppe. Und heute haben wir eine kleine beschauliche Runde beisammen. Wir, das sind heute ich, der gute Jonas und der gute MJ. Hi, guten Tag. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um einen, ja, nicht gerade unkontroversen Film zu diskutieren, beziehungsweise zu besprechen und einzuordnen und unseren Senf dazu zu geben. Und die Rede ist von Joker, einem Comic-Film, der im Grunde genommen eigentlich kein richtiger Comic-Film ist, wenn man so will. Und da hat es sehr viele Kontroversen zu Beginn gegeben, dass er ja die Art und Weise, wie der Joker entsteht, vielleicht zu verherrlicht. Wir beide haben uns den angeguckt und können da jetzt einen perfekten Senf drüber abgeben. Und ich würde tatsächlich auch direkt damit einsteigen und die Frage vorwegstellen, findest du diese ganze Debatte berechtigt, lieber Markus? Äh, die Sache, die mir bei der Debatte halt ein bisschen gefehlt war, war, dass es so viel vorweg gab, was besprochen wurde, obwohl der Film noch nicht wirklich gesehen wurde. Das fand ich ein bisschen irritierend und dem Film auch viele Dinge unterstellt wurden, die eventuell gar nicht dann so der Fall sind. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber man muss auch sagen, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich einige Kritikpunkte auch immer noch verstehen und würde die auch unterschreiben. Ja. Ja, ich bin da bei dir. Es ist halt immer schwierig, vorab sowas zu sagen. Also diese Diskussion gab es natürlich, bevor das gekommen sind, auch einfach gerade, weil 2019 auch das Jahr war, wo halt eben diese, in Anführungszeichen, ja, diese Inselkultur, Gott weiß noch mal wofür das hier, Abkürzung ist, irgendwie für involuntary, ja, also ein unfreiwilliges Zölibat auf Deutsch auf jeden, genau. Und das halt wegen diesen ganzen Gewaltdelikten halt auch in Deutschland, vor allem in den USA, wo es ja irgendwie allein in diesem Jahr schon wieder hunderte, ich glaube tausend vielleicht sogar schon, Gewaltdelikte gab und dass das verherrlicht wird und auch noch deren Selbstbild bestätigen würde. Und ich würde das, also ich kann es auch zum Teil nachvollziehen und da kommen wir auch gleich drauf, direkt am Anfang, weil er natürlich den Arthur Fleck, der hier zum Joker in diesem Film wird, und das ist kein Spoiler, weil, Leute, der Film heißt Joker, so als arme Wurst darstellt, dem das Schicksal ganz übel mitspielt. Aber zum anderen würde ich erstmal sagen, ist diese Figur kein, kein wirkliches Inselbild, weil der eben, also Insel haben ja, gelten ja immer als welche, die dann ihren, ihren, sehr, sehr frauenfeindlich werden, weil die ja natürlich ihre Wut haben und das dann halt alles auf die Frauen schieben, die die ja nicht ranlassen, solche Geschichten. Und das hat er ja nicht. Er hat ja eigentlich ein sehr, sehr positives Verhältnis zu Frauen im ersten Moment zumindest und das ist, ist halt für mich auch keine klassische Inselfigur, würde ich halt, also er ist nicht dieses Vorbild dieser Bewegung in meinen Augen, auch wenn er manche Narrative natürlich unterstützt und zum anderen, sondern es ist halt einfach grundsätzlich eine Sache von wegen, ich finde halt, ein Film muss sowas können dürfen, uns eine Perspektive zu zeigen, die wir sonst nicht sehen würden. Und ein Film alleine ist kein Anlass, sowas zu begehen. Also ich kann von meiner Seite aussprechen, dass gerade viel im sozialwissenschaftlichen Bereich auch sowas untersucht wurde, nicht nur, also jetzt nicht konkret bei Filmen, das wurde auch gemacht, aber darüber habe ich nicht gelesen, sondern halt auch über Spiele etc. Und dass das halt so multikausal ist und das alleine ist nicht ausschlaggebend, in keinster Weise. Und Filme in den 70er, 80ern waren teilweise noch viel krasser und da hat es diese Diskussion auch nicht gegeben. Deswegen würde ich halt von vornherein nochmal feststellen wollen, diese Diskussion, darf der Film, das muss, darf es das geben und darf es das so geben, würde ich mit einem klaren Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ja, würde ich auch sagen. Ich kann aber absolut nachvollziehen, wenn man eben nicht einen Film sehen möchte, in dem jemand durch die äußeren Umstände so gesehen da an den Punkt gebracht wird, wo man dann dazu bereit ist, eben Gewalttaten zu machen. Genau, aber das ist dann ja aber auch die Entscheidung dieses Zuschauers zu sagen, ich will das nicht sehen. Also ich kenne auch Leute, die würden sich keine Slasher-Horrorfilme ansehen, ich lache mich kaputt. Ja, durchaus. Genau. Vor allem, weil fast alle Slasher-Filme eigentlich schlecht sind, so trashy so ein bisschen. Ja, aber es gibt da natürlich auch so geniale Sachen wie Scream, die sich halt, obwohl sie eigentlich selbst Slasher-Filme sind, genial darüber noch intern lustig über Slasher-Filme machen, das finde ich halt großartig. Aber da ist ein anderes Thema. Ja, anderes Thema. Ja, Joker, worum geht es eigentlich? Magst du uns erzählen, worüber Joker ist? Äh, ja, im Prinzip beobachten wir, äh, beobachten wir Arthur Fleck dabei, wie er, ja, zum Joker wird, haha, äh, bisschen detaillierter ist es so, dass man im Prinzip beobachtet man diesen Mann, wie ihm eine scheiß Sache nach der nächsten widerfährt, die anfangs auch eher extern ist und ihm halt zugefügt wird. Und im Laufe des Films macht es ihn natürlich halt noch kaputter und bringt ihn halt nachher dazu, dass er diese Situation herbeiführt und auch anderen Menschen dann etwas antut. Genau. Würde ich so sagen. Genau, das ist grundsätzlich, also grundsätzlich ist halt wirklich, er wird zum Joker. Und das ist für mich zum einen auch die eine der, äh, Thesen, warum zum Beispiel eine Spoiler-Kultur manchmal absolut keinen Sinn ergibt, weil jeder weiß, was am Ende dieses Films passiert ist, hat per se nicht wirklich eine Überraschung, was passiert, sondern es ist halt der Weg dahin, der entscheidend ist. Und, äh, gerade zu Beginn ist es halt wirklich so, dass er, in Anführungsstrichen, eine arme Sau ist, aber, und das muss man halt auch von vornherein sagen, er ist kein, in Anführungsstrichen, unbefleckter, also er hat psychische Probleme, er ist auf Medikamenten, er hat auch, ähm, so eine komische Lachkrankheit. Was ich schade finde, dass das nach hinten raus so komplett wegfallen lassen haben, wo er halt immer richtig hysterisch lacht, aber du siehst halt richtig, dass er das nicht will und vor allem, dass er davon Schmerzen kriegt. Also er kriegt wirklich so ein Husten, so Anfälle und hat wirklich Schmerzen und will das eigentlich nicht. Und alleine dieses, diese Idee fand ich ganz, ganz großartig und da kann man ja nach hinten raus schon mal sagen, da finde ich schade, dass sie das wegfallen lassen haben, weil, wie cool wäre das gewesen, wenn er das so symbolisch, gewollt, plötzlich einsetzt. Das wäre eine schöne Sache gewesen, macht er aber nicht. Aber ja, er, er ist eine arme Sau, er verliert seinen Arbeitsplatz, auch da aber nicht ganz uneigenständig, er ist halt ein bisschen dumm und nimmt eine Pistole mit in ein Kinderkrankenhaus. Ja. Also, so bei aller Liebe, was ihm auch widerfährt, er ist halt auch ein bisschen doof. Ähm, und, was ich ganz vergessen habe zu sagen am Anfang, oh Gott, dafür werden mich alle lünchen, wir werden natürlich hier hart spoilern, aus mehreren Gründen, zum einen, äh, wegen der Geschichte, dass man ja weiß, was passiert und zum anderen, weil wir sonst bestimmte Sachen gerade gegen Ende nicht wirklich besprechen können und das ist für uns sehr wichtig. So, haben wir das abgehandelt, genau. Genau. Genau, möchtest du noch was zu seinen, äh, zu seinen, zu seinen anfänglichen Miseren erzählen? Also, was ja auch oft kritisiert wurde, ist, dass die Leute keine Background-Story für den Joker wollen. Hm. Und, dass man eben nicht so richtig mit ihm mitfühlen soll. Da würde ich einfach mal die Frage an dich stellen, hast du mit dem Joker so am Ende hinaus wirklich mitgefühlt? Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, jein. Also, das ist, finde ich, eine gute Frage, äh, weil gerade am Anfang raus der Film das natürlich extrem provozieren will. Also, gerade die erste Einstellung ist das, was man auch aus den Trailern kennt, dass er halt mit dem, mit dem Schild auf die Fresse kriegt und von Kindern verprügelt wird. Und er wird ja auch halt jemand gezeigt, der seine Mutter lieb hat und der halt auch eigentlich Liebe zu geben hat und so. Also, schon so ein paar Klischees abgehandelt werden. Ich muss hingegen aber sagen, ich finde, durch diverse Kamera- und Musikentscheidungen ihn auch vom Film nicht immer direkt als sympathisch gezeichnet. Ähm, und vor allem in seiner, in seiner Gestik, in seinem Verhalten auch nicht immer wirklich sympathisch. Äh, also, Beispiel ist, wenn er, wenn er, ähm, Sophie hier trifft, die hier von, von, äh, Sesi Beats gespielt wird, verhält er sich halt creepy und nicht sympathisch. Und ich kann nicht verstehen, wie man dann sagen kann, oh, der Arme und so. Also, ich fand ihn da schon sehr, sehr creepy. Und nach hinten raus hat das was ganz Faszinierendes, weil ich halt finde, dass er durch das Make-up und durch seinen Anzug extrem faszinierend wird. Und dann diese Joker-Sache ausstrahlt. Und ich finde es gar nicht schlimm zu sagen, dass man seine Herkunftsgeschichte erzählen will. Ich finde, das nimmt der Figur nichts, weil dieser Film ja auch nichts anderes will. Er will ja nicht später mit diesem Joker noch was machen, sondern er will ja nur das zeigen. Und ich finde, für diese Art des Jokers ist das absolut gerechtfertigt. Wie siehst du denn das? Ja, also, ich würde es auch so unterschreiben. Ich finde, natürlich bemüht sich der Film anfangs, aber er schlägt diese Brücke ganz gut. Also, es ist halt eher so, nicht, wir machen den Joker sympathisch, sondern wir machen es etwas nachvollziehbar, warum er so wird. Ja, und für alle, die halt sagen, ich habe halt auch wirklich, wirklich oft gehört, so, ja, das ist nicht mein Joker. Mein Joker ist nicht so weinlich und wird dazu gezwungen, sondern der hat alles im Plan und alles in der Hinterhand. Da würde ich halt sagen, ja, aber erstens, es gibt nicht nur einen Joker, sondern es gibt verschiedene Interpretationen davon. Und zum anderen, wer sagt denn, dass der das nicht auch noch machen könnte? Das ist ja nicht gesagt. Ja, eben. Zumal ich das Gefühl habe, dass eben, sobald dieses Make-up drauf ist, er auch wirklich so wirkt, als ob er das alles später noch machen könnte. Ja, durchaus. Ja, ja, und zum anderen, was ich halt auch eher problematisch finde und fand, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden sollen oder ob wir noch ein bisschen auf die Beziehung eingehen sollen. Mennst du jetzt die Endszene, oder? Ja, nee, ich meine, ich meine tatsächlich die, die Vergleiche mit den großen, sehr, sehr offensichtlichen Vorbildern. Wollen wir, ich glaube, das heben wir uns am besten für unsere Bewertung auf, weil für mich, für mich hat das, spielt das sehr viel damit rein, wie ich den Film letztendlich fand. Ähm, ja, so. Ich würde noch eine Sache zur Background-Story sagen. Ja, bitte. Sie lassen sich ja so ein bisschen das Hintertürchen dafür offen, dass der Joker doch keine definitive Origin-Story hat, weil sie im Film auch dieses Element der Einbildung so ein bisschen reinbringen. Man hat ja diese paar Szenen mit seiner vermeintlichen Freundin, die sich dann halt als nicht gegeben herausstellen. Genau. Und dadurch hat der Film natürlich danach auch so den Touch, okay, welche Szenen waren jetzt echt und welche nicht. Und zum Beispiel die letzte Szene mit der Talkshow, die stellt er sich ja quasi so schon mal vor. Und dann sagt er auch, während sie dann stattfindet, so, ah, das ist genau, wie ich mir das vorgestellt hab. Und auch der Cut dann ganz am Ende nach dieser Eskalation in der Stadt landet dann halt in der Anstalt. Und du weißt halt nicht, okay, hat er sich das Ganze jetzt irgendwie eingebildet oder hat es tatsächlich stattgefunden? So ein bisschen wird da so eine Türe offen gelassen. Ja, wobei ich grundsätzlich sagen wollte, also ich glaub, die Hauptstory im Film ist schon gewollt, dass sie stattgefunden hat. Sonst zum einen wär dieser Film total sinnlos irgendwie. Und zum anderen, glaub ich, ist es immer so punktuell, was er sich einbildet. Ich bin zum Beispiel der großen Überzeugung, dass diese ganze Szene auf der Straße, wo er gefeiert wird, dass das seine Einbildung ist. Und dass er einfach direkt in die Nervenheilanstalt gefahren wurde. Ja, ich glaub auch. Weil das halt dieses ist, was er denkt, wie er jetzt aufgenommen wurde. Nee, was ich gerade noch vergessen hatte, das wollte ich mir nämlich auch noch ergänzen, ist ja halt die Geschichte, ist es schlimm zu wissen, wo der Joker herkommt und nimmt ihm das von seiner Figur etwas weg? Ich würde halt sagen, ein bisschen kann das sein. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ja, ich weiß nicht, ob es Interviews oder Notizen oder so waren, dass ja irgendwie indirekt auch gesagt wurde, dass Heath Ledger's Joker halt einfach jemand ist, der ein Kriegstrauma erlebt hat im Mittleren Osten. Und nimmt dir das irgendwas von der Faszination seines Jokers weg? Ich würde halt sagen, nein. Nein, also wenn etwas so realistisch in einer Welt verankert sein soll, finde ich das nicht schlimm zu sagen, hey, der kommt daher oder nicht, weil es halt auch irrelevant ist. Du kannst es da ausblenden. Beim Joker muss es halt sein, weil der ganze Film darauf basiert, aber ich finde grundsätzlich eine Mythologie, zu entmystifizieren und ihn zu verankern, nicht schlimm. Ja, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht der absolute Joker-Fanatiker bin, der sich mit all seinen Werken irgendwie und Auftritten auseinandergesetzt hat. Das ist ja schrecklich. Ja, oder? Richtig schlimm. Es ist richtig schlimm. Wie würdest du denn sagen, weil diese Verwandlung von Arthur Fleck in den Joker ist ja eine sehr einseitige Geschichte, steht ja in Tradition von diesen, ich glaube damals war es New Hollywood, die sehr realistisch und sehr dreckig und sehr düster waren, auch so ein bisschen an Film Noir sich angelehnt haben. Und würdest du sagen, weil das kam ja auch immer wieder vor, dass dem Film so der Gegenspieler fehlt? Also, dass der Film, dass es kein, in Anführungsstrichen, gutes Gewissen des Filmes gibt? Also, findest du das schlimm, dass das nicht da ist? Also, als ich den Film gesehen habe, war ich mir danach nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Weil es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich mich gefragt habe, so, irgendwie habe ich erwartet, dass der Film noch eine Aussage trifft, noch so eine, eher so abschließende. Und die hat der Film nicht wirklich. Ich finde, die Aussage, die der Film so ein bisschen trifft, ist, es, also wir sollten, im Prinzip ist es, we live in a society. Ja, so ein bisschen ist so die Aussage des Films. Und runtergebrochen halt, dass man sich mehr um seine Mitmenschen kümmern sollte und da vielleicht auch nicht so harsch irgendwie umgehen sollte. Und natürlich, dass wir Leute, die psychisch krank sind, nicht auf sich allein gestellt lassen sollten. Und da wahrscheinlich auch durch staatliche Institutionen mehr, für mehr Unterstützung sorgen sollten. Weil das ja auch so eine Sache ist, die in einem Film auf jeden Fall thematisiert wird. Damit hast du meinen Punkt quasi schon direkt unterstrichen. Weil ich bin halt der Meinung, im Sinne unseres Anfangs auch, ein Film muss es sich auch erlauben können, sowas von einer Seite aus zu zeigen. Und vor allem ist dieses Gegengewicht dann des denkenden Zuschauers. Das klingt ja total hochgestochen und fancy, aber das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches in der Geschichte des Kinos, dass das Publikum mal mitdenkt. Das ist halt heutzutage wegen den ganzen Action-Blockbustern einfach nicht mehr so gegeben. Und deswegen glaube ich, sind auch viele, auch wenn, und da kommen wir zum Schluss auch noch drauf zu, ich nicht finde, dass das ein Meisterwerk oder so ist. Aber ich glaube, gerade deswegen gefällt der Film gerade so vielen aktuell so gut. Weil er eben nicht nur Zuschauen und Berieseln lassen voraussetzt, sondern auch den Zuschauer als Gegengewicht selbst einbildet. Der halt sagt, ey, findest du es eigentlich gut, was da passiert und nicht im Film das beantwortet und es viel offener lässt. Auch das, was du gesagt hattest mit dem, was ist echt und so. Ich finde das total angenehm, auch wenn es manchmal sehr plump ist. Also die ganze Romanze mit der Frau ist so offensichtlich ab der ersten Sekunde nicht echt, weil sie für ihn erstens zu hübsch ist, zweitens sich in der ersten Szene viel zu abweisend verhält. Aber ich finde es einfach schön, dass damit gespielt wird und dass man überhaupt wieder eine aktive Rolle dabei einnimmt und sich nicht nur komplett berieseln lässt. Und was ich auch schön fand, wo du es angesprochen hattest mit der Gesellschaft und dass man auf sich abgeben muss, ist, ich finde es halt auch so schön, dass es eben zum Teil zumindest genau das macht, nämlich nicht monokausal zu sagen, deswegen ist er schuld, sondern dass ganz viel reinspielt. Also dass wirklich er erst in einen Punkt gebracht werden muss, der teilweise selbstverschuldet, teilweise überhaupt, also gerade am Anfang zu großen Teilen überhaupt nicht selbstverschuldet ist. Das fand ich aber sehr schön gemacht, dass sie nicht plump gesagt haben, so im Sinne von Killing Joke, ein schlechter Tag und alles ist kacke, sondern das dauert. Das kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern ne? Ja, das war ein kacke Leben so ein bisschen und auf jeden Fall ein scheiß Monat für ihn. Ja, könnte man so sagen. Der erste wirkliche Ausbruch, den er dann ja hat, und ich finde, da trennt sich halt wirklich die Spreu vom Weizen, ist halt, wenn er die drei Yuppies in der U-Bahn erschießt. Das ist ja, also ich glaube, Joker soll auch in den 80er spielen, oder? Ja, also ich weiß nicht ganz genau, welche Zeit, aber auf jeden Fall ein bisschen. Ich gehe stark davon aus und Yuppies sind halt diese jungen, erfolgreichen Business-Typen und die sind natürlich auch noch ganz, ganz böse zu ihm und er erschießt sie halt. Und das ist halt, finde ich, das war auch so in meinen Augen der letzte Moment, wo klar war, das ist keine sympathische Figur. Also ich finde, so sehr, dass auch irgendwie versucht wurde, so er wehrt sich ja nur, wie er danach damit umgegangen ist, er rennt ja dem Letzten, der noch bettelt hinterher und er schießt ihn mehrmals in den Rücken, bis der Revolver leer ist, ist halt kein, also keine sympathische Figur, die sich in Not verwehrt, würde so etwas tun. Keine. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann, also am Anfang denkt man noch so, oh shit, und kann irgendwie verstehen, so, oh scheiße, jetzt hat er aus Reflex geschossen, aber er macht dann halt einfach weiter. Das, ja, ich finde, das ist auch so der Punkt, wo man so sehr großen Abstand von ihm nimmt, falls man davor mit ihm sympathisiert hat. Genau. Und dann offenbart sich ja auch noch, dass er als Kind misshandelt wurde, dass er irgendwie mit den Waynes auch zusammenhängt. Wie fandst du die überhaupt diese ganze, in Anführungsstrichen, Geschichte um Thomas Wayne und die Herkunft von Arthur Fleck? Was würdest du, also wie hast du das interpretiert und vor allem, wie fandest du diesen Nebenzweig? Äh, ich fand das ein bisschen komisch, also vor allem, dass man später im Film dann auch bei dieser Eskalation in der Stadt noch so diese Origin-Story von Batman so ein bisschen hat, fand ich ein bisschen so, die hat gar nicht reingepasst für mich, weil die halt in dem Film eigentlich keine Rolle gespielt hat. Das war halt, ich weiß nicht, wie der Plan ist, ob sie damit, also wollen sie mit den Filmen jetzt auch wieder was Neues aufbauen oder soll es so ein One-Off sein? Eigentlich war es geplant wirklich nur als einzelner Film. Also ich glaube, das war wirklich so ein, hey, guck mal, hey, hey, hier, Batman, höh. Ja, das war halt, er kam ja auch mehrfach vor, aber es hat halt nie so eine große Rolle gespielt, deswegen, das fand ich ein bisschen komisch, ähm, aber, ja, ich weiß nicht, wer euch das interpretiert, also, ich bin mir halt nicht sicher, im Prinzip hat dieser reiche Typ ja auch die Macht, zum Beispiel diese Krankenhausakten wahrscheinlich irgendwie zu fälschen, falls er da doch was mit der hatte, mit der Mutter. Aber ich hab das schon mal dem Film jetzt so abgekauft, wie er es einem gesagt hat. Also, dass die Mutter halt auch psychisch krank war und dann wohl irgendwie adoptiert hat und misshandelt hat. Ich fand halt, ich bin halt, ich hab halt das ähnlich gesehen wie du, ich fand diese ganze Geschichte mit den Waynes komplett überflüssig. Also, im Sinne von, ja, das hat schon so einen gewissen Stein ins Rollen gebracht, sodass er sich damit auseinandersetzt und nochmal seine Herkunft wirklich erfährt. Also, ich hab, bin auch eher davon ausgegangen, dass, äh, dass, dass das Quatsch ist. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich mir halt auch gut vorstellen können, so, gerade wer auch hier von, äh, Telltale damals die Batman-Spiele gespielt hat, die hatten zwei Staffeln, da war's halt auch, da haben die auch mit den Waynes gespielt, dass das eben keine positiven Figuren waren. Und ich mag diesen Twist eigentlich total gern, diesen sauberen Waynes, äh, die, den Vater und so Dreck anzuheften, weil dann die Rolle von Batman umso gewichtiger ist. Was für den Film aber voll egal war. Also, dementsprechend hätte man, glaube ich, auch diese Herkunftssache irgendwie anders lösen können. Vor allem, und da kommen wir, finde ich, zum größten Kritikpunkt des Films, für mich zumindest, ist die ganze Geschichte mit der Gesellschaft und diesen ganzen, äh, Aufständen. Die fand ich, gelinde gesagt, sehr dumm. Okay, warum? Aber bevor ich das ausführe, möchte ich dir erstmal fragen, wie fandst du das? Also, wie, wie fandest du die Eskalation und die Rolle, äh, der Gesellschaft, so wie sie da transportiert wurde? Weil, da bin ich mir nicht sicher, was ich davon halte. Also, man hat ja, also, der Auslöser ist ja, dass er diese Juppies erschießt. Genau. Und da heizt es sich halt so auf, weil natürlich, äh, so sehr im Scheinwerferlicht stehende konservative Reiche natürlich denen beispringen und sagen so, yo, das geht so nicht weiter, ich werde dafür sorgen, dass hier wieder Ordnung einherrscht. Und dann hat man diese Gegenbewegung, die halt das so ein bisschen glorifiziert und halt eher so dieses Eat the Rich sich auf die Fahne schreibt, was ich an sich eigentlich auch in Ordnung fand, so diese Darstellung. Aber ich fand diese Eskalation ein bisschen schnell und, äh, ich, also, passt jetzt nicht ganz rein, aber mir ist grad diese eine Szene eingefallen, die auch im Trailer vorkommt, wo diese Demo ist und die Leute demonstrieren und einer der Polizisten springt einfach in die Menge. Und ich hab mich gefragt, warum begeht der da grad quasi Selbstmord? Weil er's kann. Ähm, ich bin, ich bin tatsächlich ziemlich nah bei dir, würd's aber sogar noch weiter sagen. Also, ich find die Darstellung, wie die Gesellschaft da auftaucht in dem Film, komplett negativ gegenüber dem Rest des Films, weil, weil zum einen, ähm, an dieser Stelle lieben groß an Finn, weil der das, glaub ich, zu mir als erstes gesagt hat und ich da vollkommen zustimmen musste. Zum einen ist unfassbar unglaubwürdig, finde, dass sich eine so große Menschenmasse, äh, bildet, weil irgendein Typ im Clowns-Kostüm nachts drei Yuppies erschossen hat. Das find ich einfach kompletten Bullshit. Und da kann, kann mir noch jemand kommen und sagen, ja, aber dann kommt doch diese Ansprache und mit Clowns von Thomas Wayne und hast du nicht gesehen? Ja, aber, nee, das, 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 das find ich ist einfach, das kauf ich dem Film einfach nicht ab. Und vor allem, und da kommen wir nämlich zu dem, was du gesagt hast, das würde ich halt auch voll unterstützen, ist halt einfach dieses, das passiert viel zu schnell, das eskaliert viel zu schnell. Und das mag halt sein, dass das vielleicht sogar passieren könnte und so, aber für die Ästhetik des Films gibt das, find ich, nicht viel Positives dazu. Ähm, ich hab eher so dieses Gefühl, dass versucht wird, irgendwie das gesellschaftlich alles einzubinden, zu legitimieren. Ähm, ich hätt's weggelassen. Also alles diese, ich find halt, Joker ist halt ja eigentlich ein Film, der auf eine Figur guckt, wie die sich entwickelt und das drumherum ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Und ich glaube auch deswegen find ich die Wayne-Geschichte so Wayne. Hahaha. Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber, und da kommen wir ja jetzt nämlich zu meinen wunderbaren Vergleichen, die ich anfangs schon angesprochen habe. Aber das ist nämlich der große Unterschied zwischen, ähm, also beziehungsweise ein Unterschied, äh, zwischen den offensichtlichen Vorbildern King of Comedy und, äh, vor allem Taxi Driver. Hast du die geguckt zufällig? Nee, ne? Nein, deswegen kann ich das nicht viel sagen. Ist, ist nicht schlimm. Also Taxi Driver ist von der, von der Art, der, dem Aufbau der Story sehr, sehr ähnlich. Ähm, was heißt sehr, sehr ähnlich? Also ich würd sagen, Joker ist mehr oder weniger so ein, so ein DC-Plagiat, um's mal böse zu sagen. Und es ist ja auch gewollt, also es ist ja offensichtlich so, ähm, ist halt ein bisschen schade, weil Joker nicht wirklich viel Neues draufsetzt und dementsprechend halt so eine gute Version in, in einer anderen Welt ist, wenn du so willst. Aber Taxi Driver ist immer so ein bisschen im luftleeren Raum. Du siehst es immer nur aus seiner Perspektive hier wie, ach Gott, wie heißt denn der, der Taxifahrer nochmal? Der wird nämlich auch von Robert De Niro gespielt. Und, ähm, ach Gott, jetzt muss ich, ich muss mal kurz nachgucken. Genau, Travis, Travis, der hat auch diesen, diesen berühmten Satz mit, are you talking to me? Hm? Ähm, und dadurch, dass eben diese, diese Gesellschaft draußen so überhaupt nicht thematisiert wird, ist das eher positiv für den Film, weil es nicht bricht, also in, in, in der Filmlogik intern bricht es nicht. Und bei Joker hab ich immer dieses Gefühl, hey, wir müssen das so ein bisschen reinnehmen und hätten sie es einfach weggelassen, wäre das irgendwie noch viel, ja, psychedelischer fast schon, weißt du, noch viel mehr so in seiner Gedankenwelt. Du weißt noch viel weniger, was eigentlich abgeht und es ist eben nicht so, so plump einfach. Könntest du dir vorstellen, dass der Film damit auch vielleicht spiegeln wollte, wie viele Personen in der Fankultur den Joker glorifizieren? Weiß ich nicht, könnte man so lesen, aber ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Aber ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass ich das so ein bisschen, also es hat sich halt angefühlt, als hätte man so ein paar Eskalationen da rausgenommen, um das irgendwie im Film unterzubringen. Aber es hätte halt einfach der ganze Weg dahin gefehlt, dass das halt alles viel zu schnell geht und, ja, also grad dieser Auslöser mit den, äh, Juppies ist schon ein bisschen, ja, okay. Also da wurden, da wurden halt bestialisch drei Leute erschossen, das ist für mich halt kein Grund, eine Bewegung gegen die Reichen zu starten, bei aller Liebe. Also, äh, egal wie kacke oder doof ein Mensch ist, so hingerichtet zu werden, das waren ja wirklich Hinrichtungen zum Schluss. Ja. Das ist, das ist kein Grund für so eine Bewegung, das fand ich halt wirklich, also, nee. Ja, ich meine, es wurde natürlich auch so ein bisschen davor schon gezeigt, dass die Leute halt unzufrieden sind und dass es einfach auch nicht so gut läuft in der Stadt. Ich meine, es ist ja auch Goffin, was ja abgebildet wird und das ist ja auch bekannt für seine Verbrechen so ein bisschen, aber es hat einfach nicht genug Fleisch, so im Film. Eben, eben, entweder machst du es halt richtig und thematisierst das als zweiten Strang richtig und lässt diese ganzen anderen Kleinigkeiten weg oder du lässt es eben weg. Und ich glaube, alleine durch die Gebäude und durch die Art und Weise, wie heruntergekommen alles aussieht, hast du schon genug Anhaltspunkte, um selbst da was reinzulegen, ohne was kaputt zu machen und vorwegzunehmen. Also, es hätte es in meinen Augen einfach nicht gebraucht. Aber, wo wir schon mal bei Taxi Driver sind, da gibt es nämlich auch eine wunderschöne Szene, die, also, es ist halt wirklich sehr viele Bilder und Sequenzenszenen wurden halt fast eins zu eins übernommen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Travis sich halt die Pistole am Kopf hält und so tut, als ob er sich hier schießt, so zum Schluss. Und die Szene dürfte dir ja bei Joker dann auch bekannt vorkommen. Ja, klar. Aber ist das, also, das habe ich auch gehört, dass wohl viele Szenen so extrem nah irgendwie entliehen wurden. Ist das so wiederkehrend in dem Film? Ja, schon. Aber ich finde das per se nicht schlimm, weil dieser Film ja auch gar nicht den Anspruch hat, was, da noch einen draufsetzen zu wollen, in Anführungsstrichen. Also, er ist ja bewusst so eine Wiederauflebung dieses New-Hollywood-Genres damals in den 70er, 80ern, glaube ich, war es. Ich glaube, Ende 70er oder so. Da müsste das ungefähr gewesen sein. Also, das ist ja gewollt. Und das finde ich auch vollkommen okay. Aber ja, solche Sachen in der Summe fand ich dann halt auch schon so ein bisschen schade, dass es halt Zitat, Zitat, Zitat war. Aber, und das möchte ich nur noch mal bekräftigen, ich finde es echt wunderbar, also, die Bilder sind teilweise superb. Wie hat denn dir überhaupt der ganze Look des Films und die Filmsprache gefallen? Weil ich kann einfach noch kurz, bevor du antwortest, noch sagen, ich finde einfach die letzte Szene optisch so geil in dem Krankenhaus mit den roten Blutspuren. Mhm. Ja, also, filmisch fand ich den Film eigentlich ziemlich gut. Also, hat mir, ist runtergegangen wie Butter. Ist runtergegangen wie Butter. Sind dir denn auch so Bilder im Kopf geblieben? Na, auch natürlich die letzte Szene. Ich meine, die Szene auf dem Auto ist mir auch im Kopf geblieben, auch wenn ich nicht sicher bin, ob es so positiv ist. Aber ... Also, ich weiß, es gibt besser gemachte und hübschere Filme, aber es gibt so viele Bilder, an die ich mich da tatsächlich erinnere. Ich finde, die Szene, wo sich er die Haare grün färbt, ist so gut. Also, generell, und ich glaube, das haben wir noch gar nicht so wirklich behandelt, und das sollten wir vielleicht mal kurz tun, dieser Film verdankt 80 Prozent seiner guten Momente einfach Joaquin Phoenix. Und ja, den spricht man so aus, wir haben vorher nachgeguckt, mit Lautsprache. Da ist es Joaquin Phoenix. Und es ist vielleicht nicht mal unbedingt seine beste Schauspielleistung. Der Typ ist halt einfach gnadenlos begabt. Aber, ähm, finde ich immer noch wahnsinnig gut. Also, das ist so eine Rolle, den merkst du an, da hat der Spaß dran. Also, die zu spielen. Ja, also, die Performance trägt auf jeden Fall den Film und steht ja auch sehr im Vordergrund. Also, ich meine, es kommen zwar auch andere Leute vor, aber man verbringt halt wirklich so 70, 80 Prozent der Zeit halt mit ihm. Das ist richtig. Wie findest du denn seinen Tanz? Den kann ich nicht mehr neutral betrachten, weil der in zu vielen Memes verwendet wurde. Ja, das ist so ein bisschen schade, ne? Ich finde da auch Meme-Kultur tut nicht gut. Auch diese Treppe, finde ich, für den Film vom Look unfassbar genial. Und es passt auch so richtig, auch wie sie benutzt wird mit bergab, bergauf, mit Kameraperspektiven, die halt wirklich Momente perfekt untermalen. Aber was sie natürlich jetzt mit der realen Treppe da an Fotos schützen, also da kann man sich diversen Memes und so angucken, find ich furchtbar, find ich grausam. Das kann man sich doch nicht antun. Also, so macht man es, find ich, ein bisschen selbst kaputt, ehrlich gesagt. Ja, was mir bei Bildern im Kopf auf jeden Fall auch noch einfällt, sind die Gewaltspitzen im Film. Ja. Weil die wirken alle sehr, find ich. Es sind nicht so viele, aber die haben auf jeden Fall immer so Nachhall und wirken. Ja, das ist, das ist aber auch, ähm, es liegt, glaube ich, an der Tonalität des Films und an, auch an der Akustik. Weil so ein Pistonschuss hört sich in vielen Filmen realistisch an, aber wenn er halt in so einer Alltagssituation, in Anführungsstrichen, passiert, ist es halt nochmal was richtig Krasseres. Vor allem mit dem Hintergrund. Und ich glaube, deswegen ist das auch vielen Leuten unangenehm gewesen, die den Film gesehen haben, ähm, in einer Zeit, wo das halt leider Gottes immer mal wieder passiert. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, in den USA wäre man vielleicht auch ein bisschen mulmig gewesen, den Film im Kino zu gucken, gerade weil er noch so, äh, durch die kontroverse mediale Aufmerksamkeit dadurch bekommen hat. Und ich glaube, dadurch vielleicht sogar eher noch solche Leute anziehen würde, aber who knows. Ja, fandest du denn, dass der Film manchmal unangemessen war? Also, gerade im Hinblick drauf auf den zwergwüchsigen Schauspieler zum Beispiel, der für ziemlich, meiner Meinung nach, ja, fast schon sehr billigen Gag missbraucht wurde? Äh, ja, ist die Frage. Also, das ist halt auch wirklich persönlicher Geschmack, weil eigentlich kann man das genauso gut lustig finden. Wenn ich aber drüber nachdenke, weiß ich halt nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen. Da lass ich wirklich mit mir diskutieren. Ähm, ich weiß es aus dem Stegreif nicht. Ja, ich, 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 ich finde, der Film stellt es halt auch nicht so da, so, hier, haha, Lach. Sondern, ich weiß nicht, das ist halt so, es kommt halt durch die Situation, so, das, ich, ja, ich hab dazu, glaube ich, keine starke Meinung. Ja, wir sind halt die Liga der Meinungsschwachen. Ich finde, ich hab das wunderschön gesagt. Ähm, ja. Apropos Meinungsschwach, wie fandest du denn diese Problematik von Mental Health, wie der Film die so ein bisschen dargestellt hat? Also, in welche, inwiefern? Also, er hat ja eine wichtige Rolle. Also, im Film mit der Entwicklung. Das ist ja auch hauptverantwortlich auch zum Teil dafür, dass es eben eskaliert. So, und, also, du hast so diese persönliche Ebene. Du siehst, was es so ein bisschen mit ihm macht. Und dass es teilweise dann auch, äh, die Ursache ist, warum er sozial so ein bisschen ausgegrenzt wird. Und die Leute komisch mit ihm umgehen. Und dann hast du natürlich noch dieses, äh, Systematische, also diese, wie die Institutionen irgendwie damit umgehen. Und wie dann halt nachher auch der ausbleibende Support irgendwie darauf wirkt. Wie findest du denn, dass der Film das so dargestellt hat? Also, grundsätzlich, äh, würde ich das auch noch mal von weiter, von paar Minuten weiter vorher aufgreifen. Warte. Ist gut, okay. Okay. Ähm, ich hab kurz zurückgespult. Das klang erbärmlich, ich weiß, aber ich hab's versucht und bin gescheitert. Das klang sehr gut. Ähm, grundsätzlich fand ich das gut, dass es eben als multikausal dargestellt wurde. Auf der anderen Seite, das mit der Gesellschaft fand ich halt, wie gesagt, sehr, sehr schwach. Und das, darunter leidet auch ein bisschen das tatsächlich. Dadurch, dass man, dadurch, dass man eben alles so angerissen hat, aber nichts wirklich zu Ende, ist es natürlich nicht in der, in dem Umfang drin, wie es hätte drin sein können. Aber da bin ich halt auch zwiegespalten, inwie, inwieweit das hätte drin sein müssen. Dass Kritiker Jonas zufrieden wäre oder nicht, ne? Ähm, es ist halt schwierig, weil es ist halt auch nicht einfach der Fokus des Films. Und dementsprechend fand ich es irgendwie, glaube ich, im ersten Moment irgendwie schön, dass es nicht so plump war, wenn natürlich auch wesentlich wahrscheinlich ausführlicher drin sein könnte. Und da, also beispielsweise, wenn diese ganze Gesellschaftsgeschichte raus wäre, dann hätte man ja noch Zeit für sowas gehabt. Ja, das wäre jetzt auch meine Folgefrage gewesen, ob du es besser gefunden hättest, wenn sie diesen gesellschaftlichen Teil rausgeworfen hätten und sich dann halt eher so ein bisschen darauf konzentriert hätten. Ja, hätte ich tatsächlich, weil ich den einfach das am Film fand, was am meisten rausgerissen hat. Ja, ich denke auch, dass das hätte besser werden können. Gerade auch vielleicht noch dieses Asylum auch noch ein bisschen mehr thematisieren. Was ja auch am Anfang des Films halt erwähnt wird, dass er da auch schon mal war und so. Aber im Prinzip wird am Anfang auch nicht viel gesagt, was er hat. Also, es wird einem eigentlich nur gesagt, dass er diese Condition mit dem Lachen hat und offensichtlich auch irgendwie eine Art von Depression und wahrscheinlich auch Traumata, einfach durch die Misshandlung. Aber das wird einem jetzt nicht direkt am Anfang dann mitgeteilt. Ich finde, da hätte der Film schon noch ein bisschen mehr irgendwie machen können. Ja, zumal das halt auch nach hinten raus dann fallen gelassen wird. Also, ich gehe davon aus, dass es so gemeint sein soll, dass er darüber steht als Joker, dass er alles ablegt, weil er tötet hinterher auch seine eigene Mutter. Was ich übrigens auch filmisch gut gemacht fand, weil die Kameraperspektive nicht aus seiner Perspektive war, sondern aus der der Mutter von unten. Und dass ihn halt quasi noch mal eher als noch in ein noch schlechteres Licht gerückt hat, als er sowieso schon da war, fand ich sehr schön unterstützend. Aber worauf wollte ich hinaus? Aber ich habe es echt vergessen, worauf ich hinaus wollte, das ist ein bisschen bitter. Hilf mir, MJ. Du fandest, das Film ist gut umgesetzt? Ja. Das mit der Mutter? Das mit der Mutter? Ja. Punkt. Okay. Jonas fand es gut. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ich habe den Faden verloren. Nicht so dramatisch, nicht so dramatisch. Dann stelle ich dir einfach eine andere Frage. Glaubst du, dass der Mord an der Mutter echt war oder dass das seine Einbildung war? Ich glaube, dass das echt war. Also es würde in die Narrative gut passen. Also dass er sich von allem löst und dann zu dem in Anführungsstrichen seiner Meinung nach höherem Wesen hochstilisiert. Und mir ist auch wieder eingefallen, was ich gerade sagen wollte. Und zwar nämlich, dass ich es schade finde, dass er das Lachen zwar abgelegt hat, aber das, was ich am Anfang schon gesagt hätte, dass das ja auch was Joker-typisches ist. Ich fand das nämlich einfach eine ziemlich geniale Idee, dieses Lachen vom Joker so in der Realität zu verankern als was Negatives. Und das dann komplett wegzulassen, anstatt es irgendwie zu erheben, fand ich verschenkt, ehrlich gesagt. Ja, fand ich auch ein bisschen schade. Damit hätten sie noch deutlich mehr spielen können. Ja, aber die Joker-Szenen fand ich verstörend, faszinierend tatsächlich. Also auch wie er ... Ja, er hatte direkt so ein ... Also man hat ihm gern irgendwie dabei zugeschaut. Also was heißt gern, aber auf jeden Fall faszinierend so. Er hatte auch plötzlich so eine ganz andere Ausstrahlung und war viel mehr irgendwie Herr über seinen Ausdruck so. Das war eine interessante Wandlung. Das ist richtig. Bevor wir nun aber zum Fazit kommen, müssen wir noch eine Kleinigkeit ansprechen. Was heißt eine Kleinigkeit? Für manche gar nicht mal so klein. Für uns so ein bisschen ... Es ist auf jeden Fall kontrovers, sagen wir so. Denn ... Nun hat es sich so begeben, dass der Regisseur dieses Filmes, namentlich Todd Phillips meine ich ... Ja, ich weiß aber leider nicht, ob mit Doppel-P oder nicht, halt ein paar sehr, in Anführungsstrichen, unglückliche Aussagen gemacht hat. Wir haben ja am Anfang schon erwähnt, dass dieser Film kontrovers diskutiert wurde, noch bevor er überhaupt ins Kino kam. Wie wir dazu stehen, wisst ihr ja bereits. Ich finde das ein bisschen doof und ein Film muss das können. Entweder ist der Film dann halt kacke oder nicht. Aber er muss sowas grundsätzlich dürfen. Dieser Regisseur hat sich nun aber leider dazu hinreißen lassen, ein paar Aussagen zu machen, die ich halt auch als ... Ja, zumindest problematisch einstufen würde. Denn er hat sowas gesagt wie, ja, Woke Culture ist problematisch und er kann überhaupt nicht mehr die Comedy machen wie früher, weil er ja seine Witze nicht mehr machen darf. Und hat dann irgendwie, glaube ich, sich auch noch auf Social Justice Warrior eingeschossen. Und ja, Markus, was sagen wir denn dazu? Ja, also ich finde es gut, dass der das so predigt. Nein. Nein, ich meine, natürlich werden wir ihm da widersprechen. Ich glaube, das ist auch relativ ... Also wird jetzt niemand überraschen, der Unlimited Ammo schon mal gehört hat, dass wir da nicht mit d'accord gehen. Vor allem mit der Phrasierung und den Worten, die er da wählt. Aber ich glaube, Hollywood hat da so ein bisschen ein Problem, das irgendwie so ein bisschen ... Ich hab's Gefühl, es hat sich da halt so diese Front gebildet, gerade mit diesen ganzen Comedians, die halt sagen so, ja, das können wir nicht mehr machen. Und dann machen halt alle trotzdem so dieses ... diese gleichen, äh, dämlichen Witze und reden darüber, dass sie eigentlich eingeschränkt werden und nichts mehr sagen dürfen. Aber reden dann auch darüber, während ihnen halt weiter eine Plattform geboten wird. Äh, ich ... Ich glaub, das ist so ein verquertes, so eine verquerte Sicht, die sich da so ein bisschen bei denen eingeschlichen hat, obwohl sie eigentlich im Machtverhältnis, äh, weiter oben sind. Oder es nicht gewöhnt sind, dass, äh, jemand mal auf die Finger geklopft wird, wenn man Scheiße von sich gibt. Ja. Ich find halt auch, das ist eine sehr schlechte Ausrede oder Aussage zu treffen, weil vielleicht macht man dann halt auch einfach nur Scheiß-Comedy, wenn die nur darauf basiert. Äh, ich fand das mal so ganz schön. Ich mochte eine Zeit lang Will Smith total gerne. Heute find ich den auch irgendwie nicht ganz ... nicht mehr so cool wirklich und ein bisschen bescheuert auch. Aber ich fand, er hat damals einen sehr schönen Spruch gehabt, nämlich, äh, er hat ja auch früher noch Hip-Hop gemacht. Das macht er gar nicht mehr so wirklich, soweit ich weiß. Und er hat wohl auch Texte geschrieben, wo halt auch so Motherfucker und so drin standen. Dann hat seine Oma das gefunden, die hat wohl gesagt so, hey, warum steht das da drin? Und er so, ja, rappen und so. Und dann hat sie wohl zu ihm gesagt so, ganz ehrlich, wenn du das nicht ... Wenn du das qualitativ nicht auf demselben Niveau kannst ohne die Worte, dann sind deine Texte halt einfach scheiße. Und dann hat er das nie wieder gemacht. Und wer Will Smith rappen hört, der weiß ja auch, dass er sowas nicht benutzt. Und das fand ich einfach so eine schöne Geschichte, die es für mich auf der Ebene schon mal sehr gut zusammenfasst. Weil ich mir halt denke so, wenn man's nicht ohne kann, dann ist das halt einfach schlecht. Weil, ganz ehrlich, die Welt entwickelt sich halt nun mal weiter. Und es will doch heute auch keiner mehr behaupten, dass Sklaverei ... Naja, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Aber Peak-Hardcore-Beispiel, das ist halt damals ein normales Verständnis gewesen. In der Antike, Sklaven sind normal. Das würde doch heute keiner mehr so sagen. Ja, oh, oh, oh. Und das ist, ich weiß, ein sehr krasses Beispiel. Aber es ist halt ein Beispiel von Selbstverständnis für Umstände, die halt einfach nicht mehr so sind. Und ich finde, da muss man dann halt auch mal akzeptieren und die Eier haben zu sagen, hey, stimmt, da müssen wir uns weiterentwickeln. Ja, ich glaub, das Problem ist auch, also diese verhärtete Frontenbildung kommt halt, glaub ich, auch dadurch zustande, dass man ständig sich diese Strohmänner baut. Weil es natürlich auch Leute gibt, die über die Stränge schlagen und man diese dann immer als exemplarisch dafür nimmt. Es gab natürlich auch Stimmen, die den Joker-Film verbieten lassen wollten. Und dann wird sich halt darauf bezogen, dass Leute so verrückt sind und den Film verbieten wollen. Und dann fällt halt unter den Tisch, dass es vielleicht eine valide Kritik ist, warum man so einen Film nicht sehen will. So, weil dann halt nur noch diese extreme Forderung irgendwie dann genannt wird. Und ich glaub, so ist das auch, wenn halt Comedy dann kritisiert wird und dass man einige Jokes halt einfach nicht cool findet. Und dann gibt's halt die Leute, die natürlich dem dann die Plattform entziehen wollen und es scheiße finden. Und dann hören die irgendwie nur diese Stimmen. Exakt. Also, ja, das würde ich auch so unterschreiben. Aber vor allem bin ich halt der Meinung, dass ein Regisseur da wirklich in der Position, in der er nun mal ist, einfach ruhiger bleiben muss und nicht sowas sagt. Das ist halt saugefährlich in so einer Position. Was heißt saugefährlich? Aber es ist total unüberlegt und total dämlich, in so einer Position so etwas von sich zu lassen. Natürlich kann man den Frust dann ein Stück weit nachvollziehen. Aber das ist, finde ich, keine Ausrede, das so an Paar zu stellen. Ja, durchaus. Und zum anderen jetzt natürlich die Frage, darf man den Film denn jetzt gucken, wenn man Todd Phillips einfach nicht mag? Weil ich glaube, wir beide kennen auch Personen, die deswegen den Film nicht gucken wollten. Und ich würde sagen, das ist vollkommen legitim. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich komme aus der klassischen germanistischen Richtung, das heißt, auch mit Postmoderne, das heißt, ich trenne grundsätzlich gerade bei künstlerischen Werken eher den Autor bzw. die Verantwortlichen von dem Werk. Aber nicht, weil ich es mir einfach machen will, sondern weil gerade Joker auch ein Film ist, der auch, finde ich, wie wir gerade gesagt haben, Verantwortung an den Zuschauer zurückgibt und ihm das offen lässt, wie er es sieht. Und deswegen finde ich diese Aussagen ja auch so dämlich. Wenn die einfach nicht da gewesen hätte, hätte das auch keinen Schwanz interessiert. Und jetzt muss man überhaupt darüber nachdenken, wer den Film gemacht hat. Aber der Film ist ja nun mal auch nicht nur von dem gemacht worden. Da stecken ja hunderte von Leuten hinter. Und alleine deswegen finde ich es immer schwierig, bei so großen Projekten zu sagen, ich gucke den nicht wegen dem und dem. Es macht man sich, finde ich, da zu einfach. Das ist halt zum Beispiel bei einem Autor was ganz anderes. Das ist halt eine Person. Da kannst du halt sagen, Sarrazin lese ich nicht, weil ich bin ja nicht bescheuert. Zum Beispiel. Habe ich nicht gesagt. Habe ich vielleicht gesagt. Also da ist es wesentlich klarer. Aber bei so einer großen Produktion finde ich das schwieriger. Zumal, und jetzt kommt auch mein bestes Beispiel dafür, dass halt zum Beispiel es auch immer wieder Fälle gibt von, es ist gar nicht relevant, was der Autor gedacht hat, ist das beste Beispiel für mich Donnie Darko. Kennst du Donnie Darko zufällig? Oh, das ist eine große Lücke in meiner Film. Das ist der Durchbruchfilm von, zusammen mit hier Day After Tomorrow von Jake Gyllenhaal. Und ist ein ganz, ganz großartiger Film, der von einem Mann gemacht wurde, der danach nie wieder so einen guten Film gemacht hat. Und das lag auch einfach daran, dass er nicht das Budget hatte, um sich den Soundtrack überall leisten zu können, den er wollte und nicht alles so machen konnte, wie er das wollte. Und deswegen ist dieser Film so großartig, weil er sehr offen ist, weil die Musik unfreiwillig gut passt. Und er hatte durch diesen Erfolg hinterher, als der Film auf DVD und Blu-ray so durch die Decke gegangen ist, hat er nochmal einen Directors Cut gemacht, der unfassbar viel schlechter ist, als der Originalfilm. Und da ist es manchmal eben dann doch besser, beziehungsweise da wird es deutlich, dass eben der Regisseur, so wie er das sieht und geplant hat, nicht unbedingt das besser macht. Oder dass seine Meinung den Film besser macht. Im Gegenteil, das kann ihn halt sogar auch kaputt machen. Ja, ich meine, von Apocalypse Now gibt es ja auch zig Cuts irgendwie noch, die den Film, zumindest was ich so gehört habe, auch teilweise sehr langatmig machen. Andere Leute mögen das wieder. Ja, aber das ist halt so für mich ein klassisches Beispiel von, manchmal wissen die Leute, die das tun, auch gar nicht, was sie gut gemacht haben und was schlecht. Und dementsprechend finde ich das auch vollkommen legitim zu sagen, ja, der labert halt scheiße, aber das ist ein Millionen-Dollar-Projekt, wo so viele andere Leute drin sind, dass mir das aus der Perspektive egal ist und so wie der das sieht, interpretiere ich das ja auch gar nicht. Und das finde ich vollkommen legitim. Dementsprechend, ob ihr den mögt oder nicht, ich finde, man kann sich ihn angucken, es ist auch okay, es nicht zu tun. Das ist genauso legitim, finde ich. Ja, was ich sagen würde ist, ihr werdet keinen Spaß mit dem Film haben, wenn ihr Joaquin Phoenix nicht mögt. Ja, ja. Das stimmt. Weil es ist halt wirklich, du schaust eigentlich die ganze Zeit ihm halt dabei zu, wie er schauspielerisch glänzt. Ja. Das ist dann die perfekte Überleitung. MJ, zum Schluss, nachdem wir jetzt wirklich, glaube ich, über alles genug geredet haben, was ist dein Fazit zum Film? Vor meinem Fazit will ich dich noch fragen. Ja, tu es. Auch nochmal auf dieser Ebene war das Einbildung. Und zwar die Szene, in der er bei seiner Nachbarin, mit der er sich die Beziehung eingebildet hat, sitzt er dann ja abends plötzlich in ihrer Wohnung. Und da wird dann so gesehen aufgelöst, dass sie halt gar keine Beziehung zu ihm hat. Und er für sie halt so ein Nachbar ist, halt quasi ein Fremder. Und dann sieht man nur einen Cut und er ist wieder in seiner. Glaubst du, er hat dir was angetan oder er ist gegangen? Ich glaube, er ist gegangen, weil er kein klassischer Insel ist, wie ich das am Anfang auch schon gesagt habe. Er hat ja durchaus Respekt für Frauen. Manchmal sehr weird und sehr komisch. Aber ich glaube, bei ihr hat er es nicht getan, weil sie auch eine Tochter hat. Und er hat ihm nicht direkt was angetan. Das war ja auch der Grund, weswegen er den Kleinwüchsigen hat gehen lassen. Weil er fand, hey, du hast mir nie was getan. Das ist mir egal. Und ich würde halt auch sagen, ja, er ist ein bisschen traurig darüber, dass das nur ein Hirngespinst war. Aber er ist kein klassischer Insel. Also er ist nicht sauer auf sie, sondern er ist halt einfach ein bisschen beschuggelnde Bühne. Also ich sage, er hat sie leben gelassen. Was sagst du denn? Ja, ich denke auch. Aber ich, also es könnte natürlich auch sein, dass er irgendwie, ja, dann irgendwie die Schuld dadurch gegeben hat, weil er sich das eingebildet hat. Aber in meinem Headcanon hat er auch nichts gemacht. Wir sind halt guter Mensch. Okay, Fazit. Wir haben ja schon besprochen, diese gesellschaftliche Schiene ist so ein bisschen merkwürdig und funktioniert nicht so ganz, weil sie halt so abgekürzt und runtergebrochen ist. Und ich meinte ja auch schon, dass es, dass ich beim Schauen mir nicht sicher war so, fehlt dem Film eine Botschaft oder will der überhaupt eine treffen? Letztendlich bin ich dabei gelandet, dass er keine treffen will, außer das, was ich meinte halt mit dem Mental Health und dass man einfach vielleicht ein bisschen umsichtiger miteinander sein sollte und einen bewusst da dann auch so ein bisschen rauswirft und es erfrischend ist, gerade bei den Blockbustern dann halt auch wieder selbst so ein bisschen nachzudenken. Weil das muss ich auf jeden Fall sagen, der Film hat mich dazu gebracht, nachzudenken und das rechne ich ihm zumindest an. Ich finde, man kann kritisieren, dass ihm vielleicht so ein bisschen eine Aussage fehlt, aber persönlich hat mich das dann letztendlich nicht so gestört. Wir sollten dann wahrscheinlich noch ein bisschen übers Finale sprechen, aber ja, was ist denn so dein Fazit? Also kurz, letztendlich finde ich, ist es ein guter Film, der schon auf jeden Fall Schwächen hat, aber ich finde ihn definitiv sehenswert. Ja, ich kann mich den meisten einfach so anschließen. Ich meine, man hat es auch schon rausgehört, ich fand das mit der Gesellschaft genauso wie du, ultra stumpf und ein bisschen überflüssig, aber alles in allem bin ich genau wie du froh, dass halt in dem Blockbuster-Medium sowas mal wieder Fuß fasst und offensichtlich auch erfolgreich ist. Der hat ja direkt irgendwie, ich glaube, Venom als schnellsten verkauft oder am meistbesuchtesten Herbstfilm aller Zeiten jetzt abgelöst dieses Jahr. Und das finde ich cool, dass das finanziell erfolgreich ist, weil ich meine halt diese großen Vorbilder, Taxi-Driver etc., ich meine, dass die eben nicht diesen Erfolg hatten. Kann ich mich irren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass das eben auch eher Nische ist. Und ich bin jemand, der halt auch immer mal wieder gerne ins Programmkino geht und ich finde es einfach schön, dass sowas auf der Leinwand funktioniert, offensichtlich auch für Leute, die das sonst nicht so gewohnt sind. Und alles, wie man Leute erstmal dran gewöhnt, wieder mit einem Film mitzugehen und zu denken und seine eigene Interpretation draufzulegen, ist, finde ich, ein unfassbar schöner Schritt. Das gesagt, als Film an sich, finde ich ihn gut, mehr auch nicht. Also der lebt halt total von Joaquin Phoenix, komplett. Aber mir persönlich ist er einfach zu unselbstständig, glaube ich, dann doch. Also er ist super unterhalten und gerade die Szenen mit dem Joker zum Schluss finde ich abartig faszinierend tatsächlich. Aber mir hätte da irgendwie noch mehr gefehlt, also das mit dem Tanz zum Beispiel. Also diese eigenen Impulse fand ich alle gut. Da hätte ich mir noch mehr von gewünscht. Ja, ich glaube, das hätte dem Film geholfen. Und wir haben ja auch gesagt, dass vielleicht der Mental-Health-Aspekt auch noch interessant wäre, wenn man sich da ein bisschen drauf fokussiert hätte. Ja. Du wolltest noch kurz über das Ende sprechen. Ich glaube, dafür haben wir noch zwei, drei Minütchen Zeit. Ja, also wir haben ja so den Aufbau dahin, dass immer wieder diese Talkshow oder was das ist, diese Late-Night-Show so ein bisschen aufgeführt wird und er dann tatsächlich da eingeladen wird und sich dann auch so ein bisschen vorstellt, wie er dann da ist und was er dann für einen Auftritt macht. Und das geht für ihn dann ja so quasi in Erfüllung und mündet dann damit, dass er den, ja, Moderator erschießt. Das ist richtig. Und danach dann von der Polizei abgeführt wird und dass in der Stadt halt diese, ja, Ausbrüche sind und alles eskaliert und Leute sind auf der Straße und demolieren alles, was echt übertrieben wirkt so ein bisschen. Ja, aber okay. Ähm, und im Prinzip wird er dann halt aus diesem Auto von diesen Aufständischen befreit und so ein bisschen auf so ein Podest gehoben. Also wortwörtlich, das Podest ist das Auto. Und alle feiern ihn und beklatschen ihn, dass er irgendwie dafür der Auslöser war. Und dann hat man den Cut, äh, zur Anstalt und sieht halt, dass er irgendwie halt in Gewahrsam ist und so ein bisschen darüber spricht. Und natürlich dann noch diese Endszene hat, in der er dann mit blutigen Schuhen, äh, den Gang entlangläuft. Und was, äh, ja, natürlich auch vermuten lässt, dass er ja vielleicht seinem Gegenüber etwas angetan hat. Eventuell. Ja, wie fandest du das? Also die, äh, Szenen mit dem, mit dem Aufstand fand ich total dämlich. Ich würde die halt wirklich einordnen als Hirngespinst, aber ich fand die irgendwie überflüssig. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Für mich hätte der Film auch schon mit dem, mit der Ermordung im Fernsehen zu Ende sein können. Ja? Ja, das wäre eigentlich ein guter Schlusspunkt gewesen. Allerdings finde ich halt diese Krankenhausszene optisch so geil. Auch, dass sie so einen Benny Hill machen, weißt du? Dass sie hinten immer hin und her laufen. Ach so, ja. Fand ich so großartig. Weil es halt so makaber auch war. Und diese, diese roten Abdrücke auf dem Boden fand ich unfassbar ästhetisch. Also das fand ich einfach, das war einfach super gemacht. Also, äh, alleine für die Szenen hat es sich schon gelohnt. Aber, ja. Tja. Ich hab da ehrlich gesagt nicht wirklich was hineininterpretiert, weil ich generell bei dem Ende das Gefühl hab, dass es sehr offen sein soll. Ja, ich mein ja auch, dass sie sich so die Tür offen lassen. Ich glaub auch, dass, äh, grad diese Szene in der Straße so ein Hirngespinst war, weil er da tatsächlich halt auch extrem glorifiziert dann wird. Und ich glaub, dass es etwas, was er sich halt vielleicht so ein bisschen wünscht, aber was nicht tatsächlich der Fall ist. Zumal einfach dieser, 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 diese Kollision mit dem anderen Fahrzeug so krass war. Und in der Krankenhaus-Szene er plötzlich keine Verletzung mehr hat. Ja. Ja, man weiß natürlich nicht, wie da der zeitliche Abstand ist. Ja, aber er hätte ja zumindest irgendwie eine Narbe oder sowas haben können. Also, ich, ich glaube schon, äh, dass das sehr eindeutig ist, dass das, ähm, zu glorifizierend für seine Person ist, anstatt dass das wirklich, äh, passiert ist. Also, spätestens mit dem Mord auf der, ähm, im Fernsehen sollte eigentlich jedem klar gewesen sein, dass das halt ein kranker Psychopath ist. Was ich halt hingegen auch ein bisschen merkwürdig fand, weil so seine Ansprache, ich bin nicht politisch, das fand ich so ein bisschen, das, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Weil das halt diese, diese typische Naivität ist. Und ich glaube, das hat mich vor allem deswegen gestört, nicht, weil ich das unschlüssig fand, sondern weil es diese typische, äh, Naivität, äh, die es auch immer wieder in Diskussionen hierzulande zu hören ist. Ja, aber ich bin ja nicht politisch. Du bist politisch. Ja, ich glaube, das trifft einfach halt aktuellen Nerv. Ja. Weil man von so vielen Seiten immer grad halt, wenn's um Unternehmen geht, die irgendwie öffentlich dastehen, die dann immer sagen so, ja, das ist aber überhaupt nicht politisch. So, oh, unsere ganzen Tom-Clancy-Spiele, die sind nicht politisch, hallo, Division 2. Das löst halt bei mir mal direkt so ein Beißreflex aus und dementsprechend, äh, das, ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie viel von dieser Talkshow tatsächlich irgendwie echt war oder ... Also, ich glaub zumindest, dass sie in bestimmten Parts sich in seinem Kopf abgespielt hat. Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir beides tatsächlich vorstellen, aber ich würde tatsächlich einfach davon ausgehen ... Also, es wird ja auch suggestiert, dass er sich selbst umbringen will, live im Fernsehen, als großen Witz und Schlusspunkt. Ich fand generell, er hätte sagen müssen, äh, knock, knock, who's there? Und dann in den Kopf schießen. Das ist ein verschenkter Knock-Knock-Witz gewesen. Es tut mir leid, aber der, der war, der war leider sehr verschenkt, ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass das im Kopf stattgefunden hat, aber ich glaube, dadurch eben, dass das ein Joker-Film ist, der ja auch offensichtlich mit diesem, mit diesem Mythos von Batman auch noch spielt, dass da schon eher gemeint ist, dass er das natürlich überlebt, weil sonst, ne, passt das halt auch wieder nicht ins Universum. Ähm, ich würde wirklich eher davon ausgehen, dass das real war. Ja, ich, ich bin auch so ein bisschen zwiegespannt. Also, ich kann mir auch beides vorstellen, weil so ein bisschen, finde ich, ergibt's auch in der Wandlung so ein bisschen Sinn, weil er dann halt plötzlich so total selbstbewusst auftritt, was er halt davor nie so hinbekommen hat. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das halt so dieses letzte Stück ist, was ihm davor so gefehlt hat, dass er so diese Performance irgendwie ablegen kann, weil er sich jetzt so diesen Charakter erschaffen hat, indem er dann das ausleben kann und so ein bisschen aufblüht. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Hm. Aber, ja, muss man ja auch nicht. Das, der Film lässt ja bewusst so ein paar Türen offen. Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil mit diesen, mit diesen öffnenden Worten, äh, überlassen wir euch auch Interpretationen. Seht ihr das ähnlich wie wir? Würdet ihr Dinge anders interpretieren? Äh, intra, intrapräparatieren? Wie seht ihr das mit der Rolle des Regisseurs? Wie würdet ihr den Film einordnen? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn schlecht? Wie gesagt, ich hab auch von vielen Seiten gehört, die fanden den furchtbar. Ähm, ja. Was ich, finde ich, auch okay finde, weil gerade der Anfang auch ein bisschen langatmig daherkommt, also kann ich schon verstehen, wenn die Leute nicht so mochten. Frage an euch, wie, wie hat er euch gefallen? Und in diesem Sinne würden wir diesen Talk dann auch jetzt ruhen lassen. Es war ein wunderschönes... Ich hab noch eine Frage an dich. Ja, mach die, mach die Abmoderation schon kaputt. Ist okay. Ja, 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 genau. Genau. Theoretisch hätte ich dich abmoderieren lassen sollen und dir dann die Frage stellen und wir beenden den Podcast und lassen die Frage offen. Oh. Ah, verspielt. Verschenkt. Verschenkt, wie der Film, aber das ist ja okay. Nein, also nicht der Film, sondern der Lockwitz, ne? Ja, ja. Meine Frage wäre, würde der Film für dich funktionieren, wenn nicht Joker drüber stehen würde? Ja, schon. Aber das ist ja auch, glaube ich, so gewollt. Es wird ja versucht, diese Art von Film dem Publikum unterzujubeln in einem Gewand, das ihnen vertraut sind. Und ich finde es grundsätzlich okay oder auch erwünscht, dass Superheldenfilme eben mehrere Genres bedienen können. Was sie ja mit Logan oder Deadpool auch schon gezeigt haben, dass sie da auch in eine andere Richtung gehen können und dass es trotzdem funktioniert. Also ich finde das sogar erwünschenswert. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, geil. Und jetzt lasse ich dich abmoderieren. Ich war eigentlich schon fast fertig. Also was soll ich sagen? Wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr uns erzählt, wie ihr das interpretiert, ich habe es heute mit dem Wort interpretiert habt, wie ihr das seht, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Wir würden uns natürlich über zahlreiche Kommentare freuen unter unserem YouTube-Post. Ansonsten gerne auch bei uns auf Discord. Den Discord-Link findet ihr bei uns auf unlimitedemo.de. Und seid herzlich dazu eingeladen, auf unserem Server mit uns zu diskutieren. Und ja, wir freuen euch. Danke, lieber Markus, dass du heute dabei warst. Ich danke dir. Es war mir ein Fest und auf bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.